Warhammer 40k Space for Me 2 ist das nächste große Warhammer-Ding. Erlebt mit einer großen Waffenauswahl und einer exzellenten Grafik an der actiongeladene Story-Kampagne. Die Kampagne könnt ihr auch zu dritt im Koop erleben und zusätzlich gibt es noch ein 6 gegen 6 Team Multiplayer-Modus. Alle 3 Edition gibt es bei meinem Partner Moga und ich bedanke mich an dieser Stelle für den Support. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich grüße euch herzlich willkommen heute geht es wieder um Space Marine 2 und zwar gibt es ein Entwicklertagebuch. Ich denke da werden wir auch einige neue Spielszenen sehen weil ansonsten würde das nicht 6 Minuten 29 gehen. Und wir sehen hier schon einen Entwickler mit einem Helm auf. Dabei geht es wahrscheinlich um Motion Tracking. Das findet sehr oft statt in Spielentwicklungen und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Let's go! Spacemarine 2 ist ein 3-person action-shooters set in der Grimdarm future der Warhammer 40,000 Das macht dich in der Mitte der Krieg gegen die Tyranien und die Kontrolle von einem Imperialen Solar System. Spacemarine 3 Ja, da sind sie. Ja, wie man sieht nicht nur an Land. Das ist schön, dass er so viel gelesen hat. Oh, schön gestoppt. Ne, aber das erwartet man natürlich auch als Spieler, dass man da wirklich auch in etwas hineintaucht, womit sich die Entwickler beschäftigt haben. Sonst würde das ja ziemlich langweilig rüberkommen wahrscheinlich. So, the Spacemarines were created for that great crusade. They were a necessary component in a war for galactic unity. And the Ultramarines are one of the most iconic and famous of those space marine forces that have endured through the 10,000 years from their creation of the great crusade to the stagnation of the 41st millennium. Most human beings in this world will never see a space marine. They are the stuff of legends. They are known as the angels of death. And so, when one appears on the battlefield, it's like seeing an angel of God. Ja, das ist tatsächlich so. Einige sehen niemals einen Space Marine. Dafür leben sie einfach zu kurz oder sie leben zu weit abgeschieden. Das hat mehrere Gründe und dann auf einmal sind sie sehen sie da und dann haben sie auf wieder Hoffnung. Es sind angels. So, Titus ist ein Lieutenant in our game. My pledge is eternal service. Titus, he's sort of a relic of a time once past. You know, this guy is an unstoppable force. But you've also got to find some kind of grit and hardness that shows that he's been there, done that scene more than all the other Ultramarines he's now in this unit with. So, we did the best we could in motion capture. But it is very different when you get to see these amazing graphics on the screen and what hundreds and hundreds of people who work for Saber Interactive come up with and create. It's incredible. Lieutenant Titus, Ultramarines, second company. For me to go right back to the... Ja, das musst du dann natürlich auch so echt wie möglich rüberbringen. They're basics of what acting is about and just be in an empty space. But on the day, it's about... Wie die aussehen. Oder so müssen sie halt aussehen, ja. Creating it and giving it a base of reality. Lieutenant Titus, freeze the Omnisire. Shut it down. Now. It's your journey, you're the player, you're with Titus and the Ultramarines. If you can't connect to their faces when the helmets are off and you can't read those emotions, then there's something lacking and that's my job is to try and bring these guys to life. I think as the player is... I think that with the Lea Meiner they got very well. ...you're gonna see a very very different Titus. If we robbed you the staging tanks, direct the flow into the valley, we can flood the area around the base. Right from the very beginning, we didn't just want to create any third person shooter. We wanted to create a game that embodied the galactic warfare that you come to know from this franchise. So the technology that... Also wenn das kein Spiel des Jahres wird 2024, dann weiß ich auch nicht. Drive Space Marine 2 is our own technology. So the team has gotten very very good at creating signature moments in this game. The signature moment is the swarm. We have a swarm technology that allows us to have hundreds of these Tyranids attacking the player. And we're also able to build a huge expanse where you have highly detailed characters and models up close, but you can see off in the distance. You can see that swarm camera man actually. I find that with the swamps, that they have very good to see. And that they all of them come and so. And that's the end of the day, you must defend yourself. 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 You understand the fact that you have a new wave coming at you. And you will get down and dirty and blow them all away. You feel like you have an infinite universe in front of you. You know, you have sandbox games where you can wander around but this goes one step further. Es fühlt sich quasi an, woher du in der Aktion bist, woher du siehst, gibt es eine andere Firma von Marien, die gegen Swarmen von Charonids kämpfen. Und da haben wir Schäume, die wir gelaufen und launchen, und die Schäume landen, und alles ist um dich herum. Eine von den Dingen, die Leute über diese Welt lieben, ist die Möglichkeit, deinen Charakter zu kustomisieren. Du ziehst diese kleinen Miniatur, du postest sie so, wie du willst, du gibst ihnen die Weapons, die du willst, du schickst sie so, wie du willst. Ich finde, diese neuen Specialins, die sehen ziemlich cool aus. Jetzt auch früher sahen die immer so klobig aus, das mochte ich nicht, aber jetzt sehen die sehr detailliert aus, und das gefällt mir besser. Wir wollten diesen gleichen Anspruch nehmen und es in den Spiel legen, damit du das gleiche mit deinem Charakter machst. Das Spiel gibt drei Moden. Eine Koop-Story-Kampagne, die du mit deinen Freunden spielen kannst, ein sehr spielbarer PvE-Mode, mit viel Progression und Kustomisierung, und ein PvP-Mode, der dich gegen andere Spieler setzt. Auf den PvP-Modus bin ich mal gespannt. Die mehr die PvE-Missions spielen, die deeper du kannst in die Progression des Charakters, unlocken Skills und Perks und Weapons. Und als du das machst, unser famous AI-Direktor ist able zu erhöhen die Herausforderung, zu einem schweren Enemies in mehr Herausforderungen. Wie du gesehen hast mit unseren anderen Titeln, wir haben einen Track-Record, zu unterstützen unseren Titeln, durch Qualität des Lebens-Updates, durch Paid-DLC und größere Add-Ons. Größe Erweiterungen, Quality-of-Life-Updates und DLCs. Das Ding ist halt, dann erleben wir leider nicht die ganze Story, weil es wird dann höchstwahrscheinlich auch DLC-Stories geben. Ob diese dann aber mit demselben Charakter entwickelt werden, das steht jetzt natürlich in den Sternen. Wir glauben, bei Saber, dass wir die Geschichte, die Geräte, die Technologie, die Erfahrung und die Passion, um das die Fans anzunehmen. Also, ich bin Angst, aber ich bin froh. Unsere Team ist, sie lieben arbeiten in diesem Spiel. Es ist einer ihrer Favoriten Spiel, die sie schon gemacht haben. Also, zu sehen, was zehn Jahre der Entwicklung auf der Spacemarine-Engine-Franchise-Story wird für Spacemarine 2 sein. Ich denke, dass jeder mit Warhammer war sehr, sehr, sehr begeistert, zu sehen. Ah, egal was die Fans anzunehmen, vertrauen wir uns anzunehmen, wir haben noch mehr. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.